Ja, es fühlt sich geil an. Pokale sind immer wieder geile Spiele, auch wenn man gerade gegen höhere Vereine spielt, die in einer höheren Liga spielen und wir haben es gut gemacht. In der ersten Halbzeit schon zwei, drei gute Chancen gehabt, hinten gut gestanden und dann geht zum Glück noch eine rein. Wir haben kompakt gestanden hinten, haben immer wieder die Räume gut zugemacht, denen wenig Freiraum gelassen, viele Wege gegangen, aggressiv gespielt im Mittelfeld und dann hat eben auch ein Verbandsligist zu Hause schwer. Wir waren halt zu Hause, es gibt nochmal extra Power und das haben wir dann letztendlich echt gut gemacht. Und der Flockenbach ist glaube ich noch mit dabei, die spielen auch Verbandsliga und gegen Verbandsligisten hat es geklappt, also gern wieder ein Verbandsligist. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.